In diesem Video freuen wir uns, Ihnen eine bahnbrechende Technik vorzustellen, die den Manifestationsprozess beschleunigt und es Ihnen ermöglicht, Ihre Wünsche schneller als je zuvor in die Realität umzusetzen. Unser Ziel ist es, Ihnen praktische Einblicke und umsetzbare Schritte zu geben, die Sie befähigen, das volle Potenzial Ihrer Gedanken und Emotionen zu nutzen. Zuschauer können erwarten, mehr über die Feinheiten dieses innovativen Ansatzes zu erfahren, der die Prinzipien des Gesetzes der Anziehung mit einem tieferen Verständnis der emotionalen Ausrichtung kombiniert. Am Ende dieses Videos werden Sie eine klare Roadmap haben, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Ziele mit größerer Leichtigkeit und Geschwindigkeit zu manifestieren. Bevor wir zum nächsten Teil dieses Videos übergehen, möchte ich Sie zu einer Aktion einladen, die entscheidend für unsere gemeinsame Reise ist. Wenn Sie diesen Inhalt als wertvoll empfinden, ziehen Sie bitte in Erwägung, den Kanal zu abonnieren, dieses Video mit Freunden oder Familienmitgliedern zu teilen, die ebenfalls von diesen Informationen profitieren könnten und hinterlassen Sie unten einen Kommentar mit Ihren Erfahrungen oder Fragen zur Realitätsprüfung. Ihre Interaktion ist entscheidend dafür, dass wir weiterhin Themen erkunden können, die Wahrnehmungen und Leben verändern. Zusätzlich habe ich eine besondere Gelegenheit für Sie, wenn Sie Ihr Verständnis und die praktische Anwendung der Konzepte, die wir diskutieren, weiter vertiefen möchten. Im ersten Kommentar dieses Videos finden Sie einen Link. Klicken Sie darauf, um Zugang zu exklusiven Ressourcen zu erhalten, die Ihr Verständnis darüber erweitern, wie die Realitätsprüfung als Brücke zu einem erfüllteren und realisierten Dasein dienen kann. Denken Sie daran, Wissen ist nur der Anfang. Die Anwendung dieses Wissens ist es, die unser Leben wirklich verändert. Verpassen Sie nicht diese Chance, Ihren Weg zur Selbsterkenntnis und persönlichen Ermächtigung zu vertiefen. Klicken Sie jetzt und beginnen Sie, Ihre Perspektive auf die Welt um Sie herum zu transformieren. Eines der zentralen Elemente, das wir untersuchen werden, ist die Bedeutung der emotionalen Ausrichtung im Manifestationsprozess. Viele Menschen übersehen diesen entscheidenden Aspekt und konzentrieren sich ausschließlich auf Ihre Gedanken und Absichten. Allerdings spielt die emotionale Ausrichtung eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung der Effektivität Ihrer Manifestationsbemühungen. Wenn Ihre Emotionen im Einklang mit Ihren Wünschen stehen, erzeugen Sie eine kraftvolle energetische Frequenz, die das anzieht, was Sie in Ihr Leben bringen möchten. Wir werden Techniken besprechen, die Ihnen helfen, negative Emotionen zu erkennen und zu transformieren, die möglicherweise Ihren Fortschritt blockieren, damit Sie vollständig mit Ihren Zielen im Einklang sind. Durch die Kultivierung positiver Emotionen und die Aufrechterhaltung eines hohen Schwingungszustands werden Sie Ihre Fähigkeit, Ihre Wünsche zu manifestieren, erheblich verbessern. Darüber hinaus werden wir Ihnen das unglaubliche Potenzial für schnelle Ergebnisse bei der Verwirklichung Ihrer Wünsche aufzeigen. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihre Träume in einem Bruchteil der Zeit manifestieren, die normalerweise dafür erforderlich ist. Diese Technik wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, dieses Potenzial zu erschließen und schnelle, greifbare Ergebnisse zu erzielen. Wir werden Erfolgsgeschichten und Erfahrungsberichte von Menschen teilen, die diese Methode angewendet haben und bemerkenswerte Veränderungen in Ihrem Leben erlebt haben. Diese realen Beispiele sollen als Inspiration und Motivation dienen und zeigen, dass schnelle Manifestation nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Realität für diejenigen ist, die sich dem Prozess verpflichten. Während wir tiefer in diese transformative Technik eintauchen, ermutigen wir Sie, offen zu bleiben und bereit zu sein, neue Perspektiven auf das Thema Manifestation anzunehmen. Der Weg zur Erfüllung Ihrer Wünsche kann sowohl aufregend als auch erfüllend sein. Und mit den richtigen Werkzeugen und der richtigen Einstellung können Sie die Tür zu einem Leben voller Fülle und Freude öffnen. Bleiben Sie also dran, während wir Sie durch diese erhellende Erfahrung führen und Ihnen das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, die notwendig sind, um Ihre Manifestationsreise zu beschleunigen und das Leben zu erschaffen, von dem Sie immer geträumt haben. Manifestation ist ein kraftvolles Konzept, das sich auf den Prozess bezieht, Ihre Wünsche und Ziele durch gezielte Absicht und Glauben in die Realität umzusetzen. Historisch gesehen hat die Idee der Manifestation ihre Wurzeln in verschiedenen philosophischen und spirituellen Traditionen, darunter alte Lehren aus östlichen Philosophien, wie dem Buddhismus und Hinduismus, sowie westlichen esoterischen Praktiken. Im Laufe der Zeit hat sich das Konzept weiterentwickelt und insbesondere im Zusammenhang mit dem Gesetz der Anziehung an Popularität gewonnen, das besagt, dass gleiches, gleiches anzieht. Das bedeutet, dass die Energie, die sie durch ihre Gedanken und Gefühle ausstrahlen, ähnliche Energien aus dem Universum anziehen kann, was letztlich ihre Realität formt. Das Verständnis der Manifestation ist entscheidend für alle, die persönliche Ziele erreichen möchten, da es einen Rahmen dafür bietet, wie unsere innere Welt unsere äußeren Erfahrungen beeinflusst. Im Kern der Manifestation liegt das Zusammenspiel zwischen Gedanken, Emotionen und Handlungen. Ihre Gedanken sind der erste Funke, der eine Vision von dem schafft, was sie sich wünschen. Doch es sind ihre Emotionen, die diesen Gedanken Tiefe und Energie verleihen. Positive Emotionen wie Freude, Dankbarkeit und Begeisterung verstärken ihre Absichten, während negative Emotionen Widerstand erzeugen und den Fortschritt behindern können. Daher ist es unerlässlich, einen positiven emotionalen Zustand zu kultivieren, um effektiv manifestieren zu können. Auch Handlungen spielen eine entscheidende Rolle in diesem Prozess. Sie sind die greifbaren Schritte, die sie in Richtung ihrer Ziele unternehmen. Manifestation bedeutet nicht nur, sich etwas zu wünschen. Es erfordert einen proaktiven Ansatz, bei dem sie ihre Gedanken und Gefühle mit gezielten Handlungen in Einklang bringen, die ihre gewünschten Ergebnisse unterstützen. Diese Triade aus Gedanken, Emotionen und Handlungen schafft eine kraftvolle Synergie, die zu bemerkenswerten Ergebnissen führen kann. Ein weiterer wesentlicher Aspekt der Manifestation ist die Übereinstimmung ihrer inneren Überzeugungen mit ihrer äußeren Realität. Oft stellen Menschen fest, dass sie sich bestimmte Ergebnisse wünschen, während sie gleichzeitig einschränkende Überzeugungen hegen, die diesen Wünschen widersprechen. Wenn sie beispielsweise finanzielle Fülle anstreben, aber tief im Inneren glauben, dass sie Reichtum nicht verdienen, kann dieser innere Konflikt eine Barriere für die Manifestation schaffen. Um dies zu überwinden, ist es wichtig, einschränkende Überzeugungen zu erkennen und anzugehen, die ihre Bemühungen sabotieren könnten. Indem sie ihre Überzeugungen bewusst an ihre Ziele anpassen, schaffen sie eine harmonische Beziehung zwischen ihrer inneren Welt und der Realität, die sie erschaffen möchten. Diese Übereinstimmung verbessert nicht nur ihre Manifestationsfähigkeiten, sondern fördert auch ein Gefühl der Ermächtigung und des Selbstvertrauens, während sie ihre Ziele verfolgen. Zusammenfassend ist die Manifestation ein bedeutsamer Prozess, der die bewusste Erschaffung der gewünschten Ergebnisse durch die Ausrichtung von Gedanken, Emotionen und Handlungen beinhaltet. Durch das Verständnis des historischen Kontexts und der Bedeutung innerer Überzeugungen können sie die Kraft der Manifestation nutzen, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Indem sie diesen ganzheitlichen Ansatz annehmen, können sie ihre Träume in die Realität umsetzen und ein erfüllteres und zielgerichteteres Leben führen. Viele Menschen stoßen beim Manifestieren ihrer Wünsche auf verschiedene Hindernisse, die ihren Fortschritt behindern können. Eines der größten Hindernisse ist eine negative Einstellung in Kombination mit Selbstzweifeln. Diese mentalen Muster können ein allgegenwärtiges Gefühl der Begrenzung schaffen, das dazu führt, dass Menschen glauben, ihre Ziele seien unerreichbar. Eine negative Einstellung zeigt sich oft in Pessimismus oder dem Fokus auf vergangene Misserfolge, was die Fähigkeit trüben kann, sich eine positive Zukunft vorzustellen. Selbstzweifel können zudem Gefühle von Unwürdigkeit oder Unzulänglichkeit hervorrufen, die dazu führen, dass Menschen ihre Fähigkeit, ihre Wünsche zu manifestieren, infrage stellen. Dieser innere Dialog kann eine selbsterfüllende Prophezeiung schaffen, bei der die Überzeugungen, die das eigene Potenzial einschränken, zur Realität werden. Das Überwinden dieser mentalen Barrieren ist entscheidend für eine erfolgreiche Manifestation, da eine positive und gestärkte Einstellung die Grundlage für das Anziehen der gewünschten Ergebnisse legt. Ein weiteres häufiges Hindernis im Manifestationsprozess ist das Fehlen von Klarheit und Präzision bei der Zielsetzung. Viele Menschen haben eine allgemeine Vorstellung davon, was sie wollen, schaffen es jedoch nicht, ihre Wünsche in klaren und spezifischen Begriffen auszudrücken. Diese Unklarheit kann zu Verwirrung und Unsicherheit führen, was es schwierig macht, dass das Universum effektiv auf ihre Absichten reagiert. Anstatt einfach mehr Geld zu wünschen, wäre es beispielsweise klarer, einen genauen Betrag und den Verwendungszweck zu definieren. Klarheit hilft nicht nur dabei, ihre Energie zu fokussieren, sondern ermöglicht es ihnen auch, konkrete Schritte zu unternehmen, um ihre Ziele zu erreichen. Indem sie ihre Wünsche präzise definieren, steigern sie ihre Fähigkeit, sie zu manifestieren, da sie ein klares Ziel für ihre Gedanken und Handlungen vorgeben. Zusätzlich gibt es oft eine Diskrepanz zwischen bewussten Absichten und unbewussten Überzeugungen, die die Manifestationsbemühungen erheblich behindern kann. Während sie bewusst Liebe, Erfolg oder Fülle anziehen möchten, können unbewusste Überzeugungen, die aus vergangenen Erfahrungen resultieren, Widerstand erzeugen. Wenn jemand zum Beispiel in Beziehungen Ablehnung erfahren hat, kann er unbewusst glauben, dass er nicht liebenswert ist, was seine bewussten Bemühungen, einen Partner anzuziehen, sabotieren kann. Diese Diskrepanz kann zu Frustration und Verwirrung führen, da sich Personen möglicherweise auf dem Weg zu ihren Zielen befinden, aber die gewünschten Ergebnisse ausbleiben. Um diese Lücke zu schließen, ist es wichtig, sich selbst zu reflektieren und einschränkende Überzeugungen, die unter der Oberfläche schlummern, zu erkennen. Techniken wie das Führen eines Tagebuchs, Meditation oder die Zusammenarbeit mit einem Coach, können dabei helfen, diese unbewussten Muster aufzudecken und einen Wandel hin zu stärkenden Überzeugungen zu fördern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Weg zur Manifestation oft mit Hindernissen gepflastert ist, darunter negative Einstellungen, mangelnde Klarheit und unbewusste Überzeugungen, die im Widerspruch zu bewussten Absichten stehen. Indem man sich diesen Herausforderungen direkt stellt, können Menschen ein förderlicheres Umfeld schaffen, um ihre Wünsche zu manifestieren. Die Kultivierung einer positiven Einstellung, das Setzen klarer und spezifischer Ziele und die Ausrichtung der unbewussten Überzeugungen auf die bewussten Absichten sind entscheidende Schritte, um diese Barrieren zu überwinden und das volle Potenzial der Manifestation zu entfalten. Mit Hingabe und Bewusstsein kann jeder diese Hindernisse überwinden und seinen Träumen näher kommen. Emotionale Ausrichtung ist ein zentrales Konzept im Manifestationsprozess und dient als Brücke zwischen ihren Wünschen und der Realität, die sie erschaffen möchten. Im Kern bezieht sich emotionale Ausrichtung auf die Harmonie zwischen ihren Gefühlen und ihren Absichten. Wenn ihre Emotionen positiv mit ihren Zielen in Resonanz stehen, erzeugen sie eine kraftvolle energetische Frequenz, die den Manifestationsprozess exponentiell beschleunigen kann. Diese Ausrichtung ermöglicht es ihnen, die Umstände, Gelegenheiten und Menschen anzuziehen, die mit ihren Wünschen übereinstimmen und macht es ihnen leichter, ihre Träume zu verwirklichen. Indem sie die Kraft der emotionalen Ausrichtung verstehen und nutzen, können sie ihre Fähigkeit, das zu manifestieren, was sie wirklich im Leben wollen, erheblich steigern. Eines der Grundprinzipien der Manifestation ist die Idee, dass Gleiches Gleiches anzieht. Dieses Prinzip gilt nicht nur für Gedanken und Handlungen, sondern auch für Emotionen. Wenn sie positive Emotionen wie Freude, Dankbarkeit und Liebe ausstrahlen, ziehen sie ähnliche Energien aus dem Universum an. Im Gegensatz dazu können negative Emotionen wie Angst, Wut und Zweifel eine abstoßende Kraft erzeugen, die die Dinge, die sie anziehen möchten, von ihnen wegdrängt. Diese Dynamik verdeutlicht, wie wichtig es ist, während des Manifestationsprozesses auf ihren emotionalen Zustand zu achten. Indem sie bewusst Emotionen kultivieren, die mit ihren Wünschen übereinstimmen, erhöhen sie nicht nur ihre Schwingungsfrequenz, sondern schaffen auch eine magnetische Anziehungskraft, die ihre Ziele näher zu ihnen bringt. Dieses Prinzip der emotionalen Resonanz unterstreicht die Idee, dass ihre Gefühle nicht nur Nebenprodukte ihrer Gedanken sind. Sie sind kraftvolle Werkzeuge, die ihre Realität formen können. Um ihre Wünsche effektiv zu manifestieren, ist es entscheidend, konsequent positive Emotionen zu kultivieren. Dies beinhaltet nicht nur das Erkennen und Wertschätzen des Guten in ihrem Leben, sondern auch das aktive Betreiben von Praktiken, die ihren emotionalen Zustand heben. Techniken wie das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs, Visualisierung und Affirmationen können helfen, eine positive emotionale Umgebung zu schaffen. Beispielsweise kann es einen großen Unterschied machen, sich täglich Zeit zu nehmen, um Dankbarkeit für das auszudrücken, was man bereits hat. Dies kann den Fokus von Mangel auf Fülle verschieben und ein fruchtbares Umfeld für neue Manifestationen schaffen. Darüber hinaus können Visualisierungsübungen die Gefühle von Freude und Aufregung in Bezug auf ihre Ziele hervorrufen, die emotionale Ausrichtung weiter verbessern. Indem sie sich in die Emotionen eintauchen, die mit ihren gewünschten Ergebnissen verbunden sind, verstärken sie ihr Engagement für diese Ziele und signalisieren dem Universum, dass sie bereit sind, sie zu empfangen. Zusammenfassend spielt die emotionale Ausrichtung eine entscheidende Rolle im Manifestationsprozess, da sie eine harmonische Verbindung zwischen ihren Gefühlen und ihren Absichten schafft. Durch das Verständnis des Prinzips, Gleiches zieht Gleiches an, in Bezug auf Emotionen können sie die Kraft positiver Gefühle nutzen, um ihre Wünsche effektiver anzuziehen. Das Kultivieren positiver Emotionen erhöht nicht nur ihre Schwingungsfrequenz, sondern beschleunigt auch den Manifestationsprozess, sodass sie das Leben gestalten können, das sie sich vorstellen. Die emotionale Ausrichtung als grundlegenden Aspekt der Manifestation zu akzeptieren, gibt ihnen die Macht, ihre Träume in die Realität umzusetzen und ein erfüllteres und reichhaltigeres Leben zu führen. Um die emotionale Ausrichtung effektiv in ihr Leben zu integrieren und ihre Manifestationsbemühungen zu verstärken, ist es wichtig, konkrete Schritte zu unternehmen, die ihnen helfen, ihre Emotionen mit ihren Zielen zu verbinden. Der erste Schritt besteht darin, ihre Ziele und gewünschten Ergebnisse klar zu definieren. Nehmen sie sich Zeit, um darüber nachzudenken, was sie wirklich manifestieren möchten, sei es eine erfüllende Karriere, eine liebevolle Beziehung oder eine verbesserte Gesundheit. Schreiben sie ihre Ziele in klaren und lebendigen Worten auf und beschreiben sie nicht nur, was sie wollen, sondern auch, wie es sich anfühlen wird, diese Ziele zu erreichen. Diese Klarheit dient als Leitstern, der ihnen hilft, ihre Emotionen mit ihren Absichten in Einklang zu bringen und ein klares Ziel für ihre Manifestationsbemühungen zu schaffen. Sobald sie ihre Ziele definiert haben, ist es wichtig, tägliche Praktiken einzuführen, die die emotionale Ausrichtung fördern. Eine sehr effektive Praxis ist die Visualisierung. Nehmen sie sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um sich ihre gewünschten Ergebnisse so vorzustellen, als wären sie bereits eingetreten. Schließen sie die Augen und tauchen sie in die Erfahrung ein, indem sie all ihre Sinne nutzen. Fühlen sie die Emotionen, die mit der Erreichung ihrer Ziele verbunden sind, Freude, Aufregung, Dankbarkeit und lassen sie diese Gefühle über sie kommen. Diese Praxis stärkt nicht nur ihr Engagement für ihre Ziele, sondern hebt auch ihren emotionalen Zustand und bringt ihn in Einklang mit der Energie ihrer Wünsche. Eine weitere kraftvolle tägliche Praxis sind Dankbarkeitsübungen. Beginnen oder beenden sie ihren Tag, indem sie drei bis fünf Dinge aufzählen, für die sie dankbar sind. Dieser einfache Akt lenkt ihre Aufmerksamkeit von dem, was ihnen fehlt, auf die Fülle, die bereits in ihrem Leben vorhanden ist. Durch die Kultivierung einer dankbaren Einstellung erhöhen sie ihre Schwingungsfrequenz und schaffen ein positives emotionales Umfeld, das ihre Manifestationsbemühungen unterstützt. Sie können Dankbarkeit auch mit Visualisierung kombinieren, indem sie für ihre Ziele so danken, als wären sie bereits erreicht und so ihre emotionale Ausrichtung weiter stärken. Neben diesen Praktiken ist es entscheidend, eine konstante emotionale Überwachung vorzunehmen. Achten sie im Laufe des Tages auf ihren emotionalen Zustand und beobachten sie, wie ihre Gefühle auf verschiedene Situationen reagieren. Wenn sie bemerken, dass sie negative Emotionen erleben, nehmen sie sich einen Moment Zeit, um innezuhalten und die zugrunde liegenden Gedanken, die zu diesen Gefühlen führen, zu analysieren. Erkennen sie diese Gedanken an, ohne sie zu bewerten und richten sie dann bewusst ihre Aufmerksamkeit zurück auf positive Emotionen, die mit ihren Zielen übereinstimmen. Diese Praxis der emotionalen Achtsamkeit ermöglicht es ihnen, die Ausrichtung beizubehalten und notwendige Anpassungen an ihrer Denkweise vorzunehmen. Schließlich ist inspiriertes Handeln ein wesentlicher Bestandteil der emotionalen Ausrichtung. Es ist zwar wichtig, positive Emotionen zu kultivieren, aber ebenso entscheidend ist es, Maßnahmen in Richtung ihrer Ziele zu ergreifen. Hören sie auf ihre Intuition und unternehmen sie Schritte, die sich richtig anfühlen, auch wenn sie klein erscheinen. Diese durch positive Emotionen befeuerten Handlungen schaffen Schwung und bringen sie weiter in Einklang mit den gewünschten Ergebnissen. Zusammengefasst bedeutet die Implementierung der emotionalen Ausrichtung in ihr Leben, dass sie ihre Ziele klar definieren, tägliche Praktiken wie Visualisierung und Dankbarkeit ausüben, ihre Emotionen konsequent überwachen und inspiriertes Handeln ergreifen. Indem sie diese umsetzbaren Schritte befolgen, können sie eine kraftvolle Synergie zwischen ihren Emotionen und ihren Absichten schaffen, was ihre Fähigkeit, ihre Wünsche zu manifestieren und ein erfüllteres Leben zu führen, erheblich verbessert. Forschungsergebnisse und Erfahrungsberichte liefern überzeugende Beweise für die Wirksamkeit der emotionalen Ausrichtung im Manifestationsprozess. Zahlreiche Studien haben die Verbindung zwischen Emotionen und Ergebnissen untersucht und gezeigt, dass Menschen, die einen positiven emotionalen Zustand beibehalten, eher ihre Ziele erreichen. Zum Beispiel fand eine Studie, die im Journal Emotion veröffentlicht wurde, heraus, dass Personen, die Dankbarkeit praktizierten, höhere Wohlstandsniveaus berichteten und ihre Ziele mit mehr Begeisterung verfolgten. Dies steht im Einklang mit dem Konzept der emotionalen Ausrichtung, da Dankbarkeit ein positives emotionales Umfeld schafft, das die Manifestationsbemühungen verstärkt. Solche Forschungsergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Kultivierung positiver Emotionen, um eine förderliche Atmosphäre für das Anziehen der gewünschten Ergebnisse zu schaffen. Expertenmeinungen von renommierten Autoren auf dem Gebiet der Manifestation unterstützen ebenfalls die Bedeutung der emotionalen Ausrichtung. Eine prominente Persönlichkeit, Doktor. Joe Dispenza betont in seinem Buch ein neues Ich, die Kraft der Emotionen. Er erklärt, dass Emotionen Energie in Bewegung sind und eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung unserer Realität spielen. Laut Dispenza können Menschen, die ihre Emotionen mit ihren Absichten in Einklang bringen, eine kraftvolle energetische Frequenz erzeugen, die ihre Wünsche anzieht. In ähnlicher Weise hebt Esther Hicks Mitautorin von The Law of Attraction die Bedeutung der emotionalen Ausrichtung in ihren Lehren hervor. Sie erklärt, dass Emotionen als Leitsystem dienen, das den Menschen hilft, zu erkennen, ob sie mit ihren Wünschen übereinstimmen oder auf Widerstand stoßen. Diese Experteneinsichten verdeutlichen, dass emotionale Ausrichtung nicht nur eine subjektive Erfahrung ist, sondern ein wissenschaftlich gestütztes Prinzip, das die Manifestation erheblich beeinflussen kann. Erfolgsgeschichten aus dem echten Leben veranschaulichen weiter den tiefgreifenden Einfluss der emotionalen Ausrichtung auf das Erreichen von Zielen. Betrachten wir die Geschichte von Sarah, einer jungen Unternehmerin, die Schwierigkeiten hatte, ihr Geschäft zu starten, da sie von Selbstzweifeln und negativen Emotionen geplagt wurde. Nachdem sie von der emotionalen Ausrichtung erfahren hatte, begann sie täglich Dankbarkeits- und Visualisierungsübungen zu praktizieren. Indem sie sich auf die positiven Emotionen konzentrierte, die mit ihrem Geschäftserfolg verbunden waren, konnte Sarah ihre Denkweise ändern und ihre Gefühle mit ihren Zielen in Einklang bringen. Innerhalb weniger Monate startete sie nicht nur ihr Geschäft, sondern zog auch Kunden und Möglichkeiten an, die ihre Erwartungen übertrafen. Ihre Geschichte zeigt, wie die emotionale Ausrichtung den Ansatz zur Manifestation transformieren und zu greifbaren Ergebnissen führen kann. Ein weiteres inspirierendes Beispiel ist das von Mark, der seine Gesundheit und sein Wohlbefinden verbessern wollte. Zunächst ging er seinen Fitnessweg mit einer negativen Einstellung an, konzentrierte sich darauf, was er vermeiden wollte, anstatt auf das, was er sich wünschte. Nachdem er das Konzept der emotionalen Ausrichtung entdeckt hatte, verlagerte Mark seinen Fokus darauf, positive Emotionen im Zusammenhang mit Gesundheit und Fitness zu kultivieren. Er begann, sich als gesund und vital vorzustellen und dankbar für seinen Körper und seine Fähigkeiten zu sein. Dadurch erlebte er nicht nur körperliche Verbesserungen, sondern auch eine neue Freude und Motivation auf seinem Fitnessweg. Marks Transformation verdeutlicht die kraftvolle Rolle, die die emotionale Ausrichtung bei der Manifestation von Gesundheit und Wohlbefinden spielt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Forschungsergebnisse, Expertenmeinungen und Erfolgsgeschichten aus dem echten Leben gemeinsam die Wirksamkeit der emotionalen Ausrichtung im Manifestationsprozess unterstützen. Indem man die Wissenschaft hinter den Emotionen versteht, von renommierten Autoren lernt und sich von denen inspirieren lässt, die diese Techniken erfolgreich angewendet haben, können Menschen die Kraft der emotionalen Ausrichtung nutzen, um ihre Wünsche zu manifestieren und ein erfüllteres Leben zu erschaffen. Um die emotionale Ausrichtung sofort anzuwenden und ihre Manifestationsbemühungen zu verbessern, gibt es mehrere praktische Schritte, die Sie in Ihren Alltag integrieren können. Eine der effektivsten Techniken ist die Visualisierung. Nehmen Sie sich täglich ein paar Minuten Zeit, um sich Ihre gewünschten Ergebnisse vorzustellen, als wären Sie bereits eingetreten. Suchen Sie sich einen ruhigen Ort, schließen Sie die Augen und erschaffen Sie ein lebendiges mentales Bild dessen, was Sie manifestieren möchten. Nutzen Sie alle Ihre Sinne. Stellen Sie sich die Bilder, Geräusche und Gefühle vor, die mit dem Erreichen Ihrer Ziele verbunden sind. Diese Praxis hilft nicht nur dabei, Ihre Absichten zu klären, sondern hebt auch Ihren emotionalen Zustand, sodass Ihre Gefühle mit Ihren Wünschen in Einklang kommen. Machen Sie die Visualisierung am besten zu einem Teil Ihrer Morgen- oder Abendroutine, um Ihr Engagement für Ihre Ziele zu stärken. Neben der Visualisierung ist die Integration von Dankbarkeit in Ihr tägliches Leben essentiell, um emotionale Ausrichtung zu fördern. Beginnen oder beenden Sie Ihren Tag damit, drei bis fünf Dinge aufzuschreiben, für die Sie dankbar sind. Diese einfache, aber kraftvolle Praxis lenkt Ihre Aufmerksamkeit von dem, was Ihnen fehlt, auf die Fülle, die bereits in Ihrem Leben vorhanden ist. Durch die Kultivierung einer dankbaren Denkweise erhöhen Sie Ihre Schwingungsfrequenz und schaffen ein positives, emotionales Umfeld, das Ihre Manifestationsbemühungen unterstützt. Sie können Dankbarkeit auch mit Visualisierung kombinieren, indem Sie für Ihre Ziele danken, als wären Sie bereits erreicht, was Ihre emotionale Ausrichtung weiter verstärkt. Ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, ist ein weiterer entscheidender Schritt auf Ihrer Reise zur emotionalen Ausrichtung. Umgeben Sie sich mit Positivität, indem Sie Ihre physischen und sozialen Räume bewusst gestalten. Dies kann bedeuten, dass Sie Ihren Wohnbereich aufräumen, inspirierende Dekorationen hinzufügen oder Elemente integrieren, die Sie motivieren, wie Vision Boards oder motivierende Zitate. Außerdem sollten Sie Ihren sozialen Kreis evaluieren und überlegen, mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, die Sie aufbauen und ermutigen. Der Umgang mit positiven, gleichgesinnten Menschen kann Ihren emotionalen Zustand erheblich beeinflussen und Ihnen helfen, in Einklang mit Ihren Zielen zu bleiben. Denken Sie daran, dass die Energie der Menschen um Sie herum Ihre eigene beeinflussen kann. Also wählen Sie bewusst ein Umfeld der Positivität und Unterstützung. Auf Ihrer Reise zur emotionalen Ausrichtung ist es wichtig, Geduld zu üben und dem Manifestationsprozess zu vertrauen. Verstehen Sie, dass Manifestation nicht immer sofort erfolgt. Oft erfordert sie Zeit und beständige Anstrengung. Es kann Momente des Zweifels oder der Frustration geben, aber es ist entscheidend, dass Sie Ihren Praktiken treu bleiben und darauf vertrauen, dass das Universum zu Ihren Gunsten arbeitet. Erinnern Sie sich daran, dass jeder Schritt, den Sie in Richtung emotionaler Ausrichtung unternehmen, Sie Ihren Wünschen näher bringt, auch wenn die Ergebnisse nicht sofort sichtbar sind. Genießen Sie die Reise und feiern Sie kleine Erfolge auf dem Weg, denn diese Fortschritte stärken Ihren Glauben an den Manifestationsprozess. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie, um die emotionale Ausrichtung sofort zu nutzen, Visualisierung und Dankbarkeit in Ihren Alltag integrieren, ein unterstützendes Umfeld voller Positivität schaffen und Geduld üben sollten, während Sie dem Manifestationsprozess vertrauen. Indem Sie diese praktischen Schritte befolgen, können Sie einen kraftvollen emotionalen Zustand kultivieren, der mit Ihren Wünschen in Einklang steht und somit Ihre Fähigkeit, das Leben zu manifestieren, das Sie sich vorstellen, erheblich verbessern. Gehen Sie diese Praktiken mit einem offenen Herzen und Geist an und beobachten Sie, wie sich Ihre Träume zu verwirklichen beginnen. Zum Abschluss unserer Diskussion über emotionale Ausrichtung und ihre entscheidende Rolle bei der Beschleunigung des Manifestationsprozesses ist es wichtig, die wichtigsten Punkte noch einmal zusammenzufassen. Emotionale Ausrichtung ist die harmonische Verbindung zwischen Ihren Gefühlen und Ihren Absichten und dient als kraftvoller Katalysator, um Ihre Wünsche in die Realität umzusetzen. Indem Sie positive Emotionen kultivieren und mit Ihren Zielen in Einklang bringen, schaffen Sie eine magnetische Energie, die die Umstände und Möglichkeiten anzieht, die für die Manifestation erforderlich sind. Wir haben besprochen, wie Praktiken wie Visualisierung und Dankbarkeit diese Ausrichtung verstärken und Ihnen ermöglichen, eine hohe Schwingungsfrequenz aufrechtzuerhalten, die Ihre Bestrebungen unterstützt. Zusätzlich haben wir die Bedeutung eines unterstützenden Umfelds und positive Einflüsse betont. Die Menschen und Räume, mit denen Sie sich umgeben, können Ihren emotionalen Zustand stark beeinflussen. Deshalb ist es wichtig, eine Atmosphäre zu schaffen, die Sie erhebt und inspiriert. Denken Sie daran, dass der Manifestationsprozess Geduld und Vertrauen erfordert. Es ist normal, auf Herausforderungen zu stoßen, aber wenn Sie sich Ihren Praktiken zur emotionalen Ausrichtung verpflichtet fühlen, können Sie diese Hindernisse überwinden und weiter auf Ihre Ziele zusteuern. Da Sie nun ein klareres Verständnis der emotionalen Ausrichtung und Ihres Einflusses auf die Manifestation haben, ermutigen wir Sie, aktiv zu werden. Wenn Ihnen diese Inhalte gefallen haben, abonnieren Sie unseren Kanal für weitere Einblicke und praktische Tipps zu persönlichem Wachstum und Manifestation. Ihre Beteiligung hilft uns nicht nur ein größeres Publikum zu erreichen, sondern fördert auch eine Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen, die auf einer ähnlichen Reise der Selbstverbesserung und Erfüllung sind. Wir laden Sie auch ein, Ihre Erfahrungen mit emotionaler Ausrichtung und Manifestation im Kommentarbereich unten zu teilen. Ob Sie Erfolge, Herausforderungen oder Fragen haben, Ihre Erkenntnisse können andere in unserer Gemeinschaft inspirieren und motivieren. Der Austausch untereinander ermöglicht es uns, voneinander zu lernen und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem jeder gedeihen kann. Zögern Sie auch nicht, weitere Inhalte auf unserem Kanal zu erkunden, die dem persönlichen Wachstum gewidmet sind. Wir bieten eine Vielzahl von Themen an, die sich vertiefend mit Manifestationstechniken, emotionalem Wohlbefinden und Strategien zur Zielerreichung beschäftigen. Durch das Eintauchen in diese Inhalte können Sie Ihr Wissen erweitern und Ihre Fähigkeit zur Manifestation Ihrer Wünsche weiter verbessern. Abschließend lässt sich sagen, dass emotionale Ausrichtung ein wesentlicher Bestandteil des Manifestationsprozesses ist. Durch die Umsetzung der besprochenen Praktiken können Sie Ihre Reise zur Erreichung Ihrer Ziele erheblich beschleunigen. Denken Sie daran, aktiv zu werden, sich mit unserer Gemeinschaft zu vernetzen und die Vielzahl der verfügbaren Ressourcen auf unserem Kanal zu erkunden. Gemeinsam können wir eine Denkweise der Fülle kultivieren und das Leben erschaffen, das wir uns wirklich wünschen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und wir freuen uns darauf, Sie in unserem nächsten Video wiederzusehen. Ressourcen Ressourcen Ressourcen